Wir sind hier mit ein paar Leute von der Freiheitlichen Jugend und zwar auf knapp 1800 Meter. Wir befinden uns hier auf einem steilen Gebiet. Das Gebiet gehört hier in Wiedlerbauer und wir haben gesagt, wir helfen ihnen heute mal einen Tag, da oben auf der Höhe ist heute zusammen. Der Sinn, dass wir als Freiheitliche Jugend heute hier oben sind, ist folgender, weil wir eben der Meinung sind, wenn es um die Hilfe geht oder wenn es um das Wort Hilfe geht, aber meistens in Verbindung mit den Asylanten, mit den Flüchtlingen, so berichten Medien sehr, sehr gerne und die Politik sehr gerne, dass die Hilfe brauchen, aber wir im eigenen Land auch in vielerlei Hinsicht Hilfe geben können bzw. es gibt viele Leute, die Hilfe benötigen, so unter anderem da oben die Bergbauern, die um jede helfende Hand froh sind und so haben wir gesagt, setzen wir ein Zeichen, helfen hier in den Bergbauern. Ich finde auch, dass man in der Politik nicht über allem reden soll, sondern auch will mithelfen, besonders auf die Bergbauern, Höfe, was sie nötig haben und vielleicht interessieren sich auch viele junge Leute, sich auch in den Schwung zu nehmen, sich auch mal rechnen und zu greifen und mitzuhelfen. Copyright Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.